Ahn, du musst dir Kontrolle über den Avatar-Zustand verschaffen. Er ist die ultimative Waffe. Er kann dir sogar dein Leben retten. Ich soll der Avatar sein. Die ganze Welt zählt auf mich. Nun habe ich keinen Schimmer, was ich tue. Stell dir vor, was passiert, wenn du es gar nicht erst versuchst. Was ist das? Was ist das? Ich dachte, ihr Feuerbändiger hättet mehr drauf. Wir kommen! Ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Aber eins weiß ich genau. Das hier ist erst der Anfang. Apa! Jepp Jepp! Ich bin Hecht. Ich bin Hecht. Ich bin Hecht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020